wenn ich mir sowieso sowieso nicht die ganze bekannte von autos auf zwei ich weiß nicht irgendwie ich weiß nicht irgendwie sagt mir das so das spiel irgendwie dieser weg portmolus ist in total für ob es finde ich weiter total ich weiß nicht und dann dieses dieses das ist halt eigentlich ein bunder autos auf eins mit schlechter red box und gleich und ein bisschen besserer grafik ich meine selbst sich skybox und alles ist alles gleich geblieben ja da konnte ich nicht habe nichts trainer und hier wird auch nichts los sein weil das forum sowieso wird kotz offline ist jetzt gab es eh auch kein schwein online wir haben es halb eins wir haben es heute sind alle in der schule das kein schwein da ist ich kann immer anschreiben wenn er da ist was muss man ja noch besorgen habe ich spiele sowieso kein smash momentan war nicht so intensiv weil ich alle den gesetztener jetzt schon gerade dann würde ich vielleicht auch anfangen wie du zu streamen da würde ich auch mehr video spielen aber dann müsste ich das heiße umstellen und dass er dann auch wieder mal weil ich auch ganz ein moment habe ist das halt ein bisschen dumm und da hat er mir zugeschrieben im kopf ok kf ist nicht online na vielleicht spiele ich nachher ein bisschen mein kraft mit ihm und nach dem du 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 mein kraft sowieso gerade da muss ich ja gucken wie ich da was ich da jetzt machen will ich habe da ich musste eigentlich so viel kraft nur um bestimmte sachen machen zu können aber ich weiß nicht was ich mir euch das ist irgendwas das erst anfangen muss ich müsste ich unbedingt auch mal spielen ja das wird das wird die ist ausgesprochen nicht und dann ist ich bin so schlecht in dem spiel sobald das hier ein bisschen ein bisschen schneller wird schon einfach nur steuern das gerade so ist ja eklig alter ist das eine qualität das sieht auch nicht anfang oder so das sieht an einem anderen man da wie die also ja 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 aber steuern über steuern weiter wie kann man die medis um versauen das ist irgendwie sein was sehr viele medis medis so dass die irgendwie fast aus sind steuern und was ich weiß wie viel haben wir denn eigentlich noch bis ich neu machen dass da noch ein bisschen ist nicht mehr machen muss sagen wir spielen was machen werde ich glaube ich das ist mir gerade ein bisschen lieber glaube ich das ist extrem ein bisschen um mit euch zu quatschen das also wenn ich mir das hier schon angucken wie soll man denn da hinterher kommen dann 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 Das ist der King of the Vampire is the one, das ist sehr oft verwendet worden. Das kommt jetzt vom Anfang von der Stadt, wo hier halt Niria, oder wie die heißt, wohnt. Das möchte ich eigentlich auch mal spielen mit dem Pastor, ey. Wait to go on. Halt er noch mal draußen in der Fresse, ey. Ich habe hier ein bisschen Geräusche, aber nicht in das Mikro, lass ich mit auf. Ego. Wo ist ein Skype? Achso. Ups, das habe ich aus, mh, sehr intelligent, jetzt habe ich auch noch ein Spiele geschlossen. Ja. Okay. Ja. So. Jetzt ist noch da, ordentlich. Ja. Ich weiß es in das Spiel geschlossen, bin ich denn doof. Na, dann machen wir es mal eben an, das ist immer noch mal hier. Ah, ja. Madlays. Ja, Excel, fast Leute, komm, mach hin. So, machen wir es mal so. Der ist momentan eh nicht davon, da kann ich das ja verschieden. So. Du mein Freund. Das muss ich auch noch mal ändern hier. So. Da steht der Audisurf. Audisurf. Ja. Audisurf. Audisurf 2. Mal ein bisschen hier. So. Da sieht das doch schon besser aus. Das habe ich mal so ganz geklatscht. Das weiß ich wenigstens, wie das funktioniert, dass man da einfach nur ein paar Leerzeichen dran macht und dann ist das eben so einander geklatscht. Ja. So. Ähm. Ja. Jetzt aber. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Hast du dich den ganzen OBS nicht, dass es zu groß ist, aber na gut. so. Das sind wir die Mitglied. Und was ist es in der Nähe? Ja. 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 Quelle ist aus dem Grunde, dass ich mich ein bisschen auch auf dem Schild konzentrieren kann. Ein bisschen mit euch reden kann. Äh. Weil ich finde Audisurf 2 hat das Problem, dass ähm. Das Gefühl für das ähm. Ja. Für das Gefährt hier. Irgendwie ein bisschen schlechter ist als ein Audisurf 1. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ähm. Ist das. Es fühlt sich einfach kacke an. Und du verfehlst sehr auf die Glöcke. Also ich verfehle ich sehr auf die Glöcke. Weil ich dieses. Weil ich das irgendwie anders aus Audisurf 1 gewöhnt bin. Ähm. Also wir spielen uns gerade ein paar Video Game Music Madalys von ähm. VG Music. Dort kommen oder nett oder keine Ahnung was die gerade für eine Änderung haben. Und äh. Äh. Ähm. Ich werde es auch bei Audisurf wahrscheinlich so machen, dass ihr auch äh Sachen vorschlagen könnt. Wenn es YouTube ist, muss ich das natürlich vorher erstmal runterladen. Ähm. Ähm. Das ist ja hier ein Stream. Da ist das ja ein bisschen anders auf YouTube. Wird zwar da am Ende vielleicht gemutet. Aber ich glaube nicht, dass sich eine Autisurf Streams im Nachhinein angucken wird. Und naja. Ähm. 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 So maximal bis 19 Uhr. E nachdem. So ist es schon eine Stunde. Genau eine Stunde. So. So. So.